Ja, das Thema von heute Abend ist ein Thema, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Das Schweigen des Buddha und das Problem mit der Sprache. Im Vortrag ist das immer interessant, ja, ich glaube, vor etwa sieben, acht Monaten hat Sangadashi mich gefragt, ob ich nicht den Vortrag hier halten könnte, am Ende November, und habe gesagt, ja, und das ist mein Thema. Das Schweigen des Buddha und das Problem mit der Sprache. Und ich hatte dann gerade so einiges drumherum gelesen und war zum Thema auch dann so, war mitte drin. Und dann sechs Monate, sieben Monate, acht Monate spät, denke ich mir, was habe ich denn damals doch gelesen, was habe ich denn damals doch gedacht. Und dann ist es alles ein bisschen weit weg und dann muss man wieder graben in sein eigenes Gedächtnis und seine eigenen Gedanken nochmal neu formulieren. Und ja, dann kommt man doch wieder darauf, dass das ein ganz spannendes Thema ist. Und deshalb habe ich mich auch sehr gerne nochmal weiter damit beschäftigt. Ja, dann fange ich jetzt mal offiziell an, mit was ich hier alles auf Text habe. Als der Buddha Erleuchtung erlangt hatte, hatte er ein Problem. Scheinbar, nicht ein jegliches Problem. Aber man kann sich vorstellen, ja, da ist etwas Gigantisches passiert. Ein Mensch hat Erleuchtung erlangt. Der erste Mensch in diesem Zeitalter hat Erleuchtung erlangt. Und das muss eine überwältigende Erfahrung gewesen sein. Ja, eine Erfahrung, die ihn sprachlos gelassen hat. Ja, man kann sich vorstellen, dass er da unter dem Bodibaum gesessen hat. Und ja, erst mal dachte ich, was ist jetzt mit mir passiert? Was ist da gelaufen? Und die Tradition, die sagt auch, dass er sechs Wochen gebraucht hat, um diese Erfahrung zu verarbeiten. Dass er einfach sechs Wochen lang weiter meditiert hat, um seine Erleuchtungserfahrung zu verarbeiten. Aber erst war er einfach sprachlos. Und dann, als er das mir verarbeitet hat, hat er gedacht, okay, ich könnte das vielleicht auch noch erzählen, dass ich Erleuchtung erlangt habe. Aber wer würde mich glauben? Der Mensch wird mich glauben. Ich kann sagen, was ich will. Aber ja, all diese Leute, die in seiner Zeit auch in die Hauslosigkeit gegangen waren und in den Wald gelebt haben und auf die Suche gewesen sind, davon haben vielleicht viele gesagt, ich habe Erleuchtung erlangt. Weil sie irgendwelche spirituelle Neuigkeiten erlebt hatten. Und die haben voneinander gedacht, naja, nein, nein, du nicht, ich habe Erleuchtung erlangt. Und das war die Welt damals von all diese unterschiedlichen spirituellen Lehren, die alle meinten, die richtigen Antworten gefunden zu haben. Und da hat der Buddha vielleicht gedacht, ja, wenn ich jetzt nochmal dazukomme und ich sage dann auch, ja, aber ich habe Erleuchtung erlangt. Wer würde mich glauben? Und wahrscheinlich hat er dann auch gefragt, aber wie kann ich dann diese Erleuchtungserfahrung kommunizieren? Welche Worte kann ich benutzen? Diese Erfahrung kann unmöglich in Worten ausgedruckt werden. Die geht über Worte hinaus. Die kann nicht beschrieben werden. Wenn es eine Erfahrung gewesen wäre, die man tatsächlich hätte beschreiben können, hätte der Buddha das machen können, dann wären wir auch alle erleuchtet gewesen. Aber so ist es nicht. Er hat wahrscheinlich sich realisiert, ich kann das nicht so mal erzählen, ich kann das nicht in Sprache ausdrucken. Und sogar wenn ich meine Erfahrung in Worte, in Sprachen kommunizieren könnte, wer würde es verstehen? Wer würde so spirituell, so reif, so viel praktiziert haben, dass er es verstehen könnte? Er hatte über viele Jahre sehr, sehr tief praktiziert, vielleicht auch in Bereichen, die nicht so hilfreich waren. Aber letztendlich, er hatte sich sehr bemüht und er hatte jetzt diese Antworten gefunden. Und er hat sich wahrscheinlich gefragt, wer würde sonst noch so etwas tiefes verstehen können. Und die Tradition erzählt, dass der Buddha sich erstmal dazu entschied, nichts zu sagen, einfach zu schweigen. Und das wäre von seinem persönlichen Standpunkt auch völlig enorm gewesen. Er hatte alle Gier, Hass und Verblendung hinter sich gelassen. War vollkommen zufrieden, vollkommen ohne Wünsche. Und kein Mensch wusste, dass er Erleuchtung erlangt hatte. Also kein Mensch würde es ihm vorwerfen können, wenn er nichts dazu sagen würde. Kein Mensch, tatsächlich, kein Mensch wusste es. Aber es gab Wesen, die wussten, was passiert war. Die Götter, die Gedanken lesen können, die Götter wussten, dass der Buddha Erleuchtung erlangt hatte. Und sie hatten sich immens darüber gefreut. Die Schriften sagen, dass ein Jauchsen von den Göttern durch das ganze Universum ging. Der Weg zur Erleuchtung war nach Äonen wiederentdeckt worden. Der Buddha hat immer gesagt, es gab schon mal Erleuchtung, es gab schon diesen Weg. Aber es war verloren gegangen und er hatte es wiederentdeckt. Also der Weg zur Erleuchtung war wiederentdeckt. Und die Götter, die waren jetzt schockiert zu merken, dass der Buddha sich nicht traute, seiner Erfahrung weiterzugehen. Sie wussten, dass es unter den Menschen einige gab, die den Buddha verstehen würden und imstande waren, selbst auch Erleuchtung zu erlangen. Und einer von diesen Göttern, der höchste Gott von allen, Brahma Sahampati, realisierte sich, dass man dringend etwas unternehmen sollte, bevor der Buddha sich vielleicht zurückziehen würde und es zu spät wäre. Also Brahma Sahampati entscheidet sich zu handeln. Und wie ein Gott das kann, wie er dazu in Stande ist, er ist in den Götterhimmel, aber er kommt zu der Menschenwelt und er erscheint vor dem Buddha. In strahlender Pracht. Er ist der höchste Gott. Er strahlt und steht da vor dem Buddha. Und verbeugt sich vor dem Buddha. Der höchste Gott verbeugt sich vor dem Buddha. Weil der Buddha Erleuchtung erlangt hat. Und das haben die Götter nicht. Götter sind nur Götter. Und er verbeugt sich vor dem Buddha. Und er sagt, Buddha Erleuchtung, Erwachter, du fragst dich, ob du unterrichten, ob du deine Erfahrungen weitergeben kannst. Und du zweifelst daran. Aber es gibt einige. Es gibt einige, die wenig Staub in den Augen haben. Es gibt einige, die es verstehen könnten. Also bitte, bitte, lass die Menschheit nicht im Stich. Gib deine Lehre weiter. Wenn einige Erleuchtung erlangen können, können diese auch wieder ihre Erfahrungen weitererzählen. Und können mehr und mehr Menschen den Pfad zur Erleuchtung gehen. Und der Buddha hört sich das an und überlegt sich, zweifelt es vielleicht weiter. Hat Abraham Asambel die Recht. Könnte ich das wirklich weitergeben? Könnte ich wirklich lehren? Und dann hat der Buddha eine Vision. Vor sich sieht er ein riesen Teich, ein See. Und diese See ist voll mit Lotusblüten. Und manche Lotusblüten sind tief im Schlaf. Ja, die kommen überhaupt nicht ins Wasser rein. Sie sind mit den Knöpfen, mit den Blüten noch tief im Schlaf. Und andere sind ein bisschen hochgewachsen und sind schon mehr in etwas reineres Wasser. Und wieder andere kommen gerade durch die Wasseroberfläche durch. Und wieder andere sind über die Wasseroberfläche und empfangen das Licht der Sonne und öffnen sich. Und der Buddha realisiert sich, dass diese Vision ein Bild ist für die Menschheit. Ja, für alle Lebewesen. Manche sind noch tief im Schlaf und kriegen das Licht der Sonne nicht. Aber manche sind schon ein bisschen gewachsen. Und da ist durch das Wasser vielleicht ein klein bisschen Licht sichtbar. Und wieder andere kommen aus der Trasse hinaus und öffnen sich in der Sonne. Und das sind die Menschen, die vielleicht Erleuchtung erlangen können, wenn sie einen Lehrer hätten, wenn der Buddha bereit wäre zu lehren. Und als er diese Vision gehabt hatte, dann entschied der Buddha sich, dass er seine Erfahrungen weiterreichen wollte zum Wohle der Menschen, die nur wenig Staub in den Augen hatten. Und er beschloss, den Weg zur Erleuchtung zu lehren und hat das dann auch in den nächsten 45 Jahren ununterbrochen. Und das Ergebnis von diesem Lehrer über 45 Jahre ist in den buddhistischen Schriften überliefert worden. Ursprünglich würden alle Texte, alle Lehrreden des Buddha nur mündlich überliefert. Aber nach einigen hundert Jahren wurden sie auch aufgeschrieben. Und das Ergebnis ist erstaunlich. Bloß in den Pali-Kanon, der wichtigsten Sammlung von Lehrreden, sind tausende Lehrreden erhalten geblieben. Die Texte füllen mehrere tausende von klein beschriebenen Seiten. Trotz dieser Überfühlen von Lehrreden, die bekannt sind, die bewahrt geblieben sind, sagt der Buddha am Ende seines Lebens zu den Mönchen, Mönchen, ich habe in meiner Lehre nichts zurückgehausen. Ich habe niemals mit geschlossenen Faust gelehrt. Dennoch ist das, was ich gelehrt habe, im Vergleich mit allem, was ich lehren könnte, nicht mehr aus den Handvollblättern im Vergleich mit allen Blättern in diesem ganzen Ort. So diese Aussage gibt eine Ahnung von dem Gedankenreichtum des Buddha. Alles, was er gelehrt hat, war nicht mehr aus den Handvollblättern in einem ganzen Waldvollblättern, von was er hätte lehren können. Obwohl der Buddha sein ganzes Leben gelehrt hat und dabei immer wieder neue Formulierungen für seine Lehre entwickelte, sagt der große buddhistische Gelehrte Chandrakirti, aus dem 17. Jahrhundert, er sagt vom Buddha, der Buddha hat niemals und niemandem irgendwelche Lehre gepredigt. Der Buddha hat niemals und niemandem irgendwelche Lehre gepredigt. Und ein berühmter Sendspruch sagt, in seinem ganzen Leben hat der Buddha niemals ein Wort gesagt. Also, hat der Buddha denn doch geschwiegen? Wie sollen wir diese Aussagen verstehen? Es ist bekannt, dass der Buddha gelegentlich in Situationen, wo er hätte reden können, bewusst geschwiegen hat. Er hat oft geschwiegen als Zeichen von Zustimmung oder Einstimmung. Wenn man ihn gefragt hat, ob man etwas, was er gesagt hat, richtig verstanden hatte, dann bedeutete sein Schweigen Zustimmung. Ja, er hat es verstanden. Wenn man ihn zu einer Mahlzeit eingeladen hat, bedeutete sein Schweigen Einstimmung. Ja, ich komme. Aber er hat diese Worte nicht gesagt, er hat einfach geschwiegen. Aber manchmal bedeutete sein Schweigen auch Ablehnung. Brahmanen oder Asketen, die ihn frech oder ohne Respekt angesprochen haben, mussten mit einem Schweigen rechnen. Der Buddha hat einfach nicht geantwortet, hat geschwiegen. Der Buddha hat niemals ohne klare Grund geredet, nur um des Redens willen. Seine Normalzustand, so zu sagen, war Schweigen. Er hat nur gesprochen, um zu lehren oder um mit Besuchern oder Freunden zu kommunizieren. Oberflächliches Geplauder hat er verabscheut. Zu seinen Mönchen sagte er, Mönche, er sollt entweder über den Dharma reden, oder das edle Schweigen einhalten, das edle Schweigen. Der Buddha hat Stille geliebt. Wenn die Mönche um ihm, wenn die Mönche um ihm herum zu laut waren, hat er sie getadelt und weggeschickt. Manchmal ist er auch selbst abgehauen und allein in den Wald reingegangen, um Stille und Einsamkeit zu suchen. Auch in anderen Situationen hat der Buddha geschwiegen. Er war oft sehr zurückhaltend, wenn es um metaphysische Themen ging. Er hat es für seine Schüler als Zeit- und Energieverschwendung betrachtet, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Sein Standpunkt war, dass er nur gelehrt hat, wie man sich vom Leiden befreien soll. Über dieses Ziel hinaus, sich vom Leiden zu befreien, sollte man lieber schweigen. Ganz spezifisch hat der Buddha immer geweigert, eine bestimmte Kategorie von Fragen zu beantworten. Und diese Kategorie ist bekannt als die 14 unbeantwortbare Fragen. Und einige werde ich hier erwähnen. Die Frage, ist das Universum ewig oder nicht ewig? Ist das Universum endlich oder unendlich? Ist die Seele das gleiche oder etwas anderes als der Körper? Und existiert ein Erleuchteter nach seinem Tod oder existiert er nicht? Und dazu gibt es dann noch einige weitere Varianten. Wenn der Buddha, wenn Asketen und andere Schüler von anderen Lehrern den Buddha besucht haben und ihm solche Fragen gestellt haben, hat der Buddha geschwiegen. Er hat nicht geantwortet. Und manche Zeitgenossen behaupteten, dass der Buddha keine Antwort geben konnte und geschwiegen hat, um nicht zugeben zu müssen, dass er die Antwort nicht wusste. Der Buddha hat aber niemals Allwesenheit im Anspruch genommen. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass diese Fragen an sich falsche Fragen waren. Das heißt, dass sie gegründet waren in Annahmen, die nicht stimmten. Die Annahme zum Beispiel, dass es tatsächlich ein Universum gibt und es tatsächlich eine Seele gibt. Im Verständnis von Buddha sind das falsche Annahmen. Und der Buddha meinte, dass jeder Versuch, diese Fragen zu beantworten, nur zu mehr Verwirrung bei der fragenden Person führen würde. Deshalb hat er geschwiegen. Dies ist zum Beispiel der Fall mit dem Mönch Vatshagota. Die Geschichte wird im Vatshagota Sutra beschrieben. Vatshagota fragt den Buddha, ob der Atman, das ist in Hindusprache, ist das das Selbst oder die Seele, ob dieser Atman existiert. Der Buddha schweigt. Dann fragt Vatshagota, ob der Atman nicht existiert. Der Buddha schweigt. Nachher erklärt der Buddha an Ananda, sein bester Freund, warum er nicht geantwortet hat. Hätte er gesagt, ja, der Atman existiert, dann hätte Vatshagota das als eine eternalistische Aussage verstanden. Hätte er gesagt, der Atman existiert nicht, dann hätte Vatshagota das als eine nihilistische Aussage verstanden. Die beiden Fragen beruhten auf falsche eternalistische und nihilistische Annahmen und konnten deshalb nicht befriedigend beantwortet werden. Und deshalb verharrte der Buddha im Schweigen. Der Buddha lehrte den mittleren Weg zwischen Nihilismus und Eternalismus. Und Fragen, die diese beiden Extremen als Grundlage hatten, konnte und wollte er nicht beantworten. Der Buddha war sich davon bewusst, dass Worte niemals die Wahrheit kommunizieren können. Sie sind höchstens, was man Englisch nennt, a finger pointing zu dem Mond ein Zeigefinger der auf den Mond hin weist. So könnte man vielleicht tatsächlich sagen, dass der Buddha niemals ein Wort gesagt hat, wenn man dieses Wort als eine direkte Kommunikation der Wahrheit betrachten würde. Solche Worte gibt es leider nicht. Deshalb kann der Buddha sie auch nicht sprechen. Der Buddha kann uns nur dazu bringen, für uns selbst die Wahrheit zu erforschen und er kann uns lehren, wie man es macht. Er kann uns den Weg zeigen, aber er kann uns nicht die Wahrheit über Sprache vermitteln. Für eine direkte Kommunikation der Wahrheit kann er nur schweigen. Die Zen-Tradition hat immer darauf bestanden, dass Sprache kein adäquates Mittel ist, um die Wahrheit zu kommunizieren. Die beste Illustration dieser Haltung findet man in der Entstehungsgeschichte des Zen selbst. Hier wird erzählt, dass der Mönch Kasapa Erleuchtung erlangte, als er gesehen hat, dass der Buddha schweigend eine Lotusblume hochgehalten hat. Das ist der Ursprung des Zen-Buddhismus, eine nicht verbale Kommunikation des Buddha. Ist damit die Frage beantwortet, wieso der Buddha Chantrakirti zufolge niemals und niemandem irgendeine Lehre gepredigt hat? Vielleicht sollen wir uns kurz überlegen, was Chantrakirti gemeint haben könnte. Er war ein großer Philosoph in der Mahayana Tradition. Das Mahayana entwickelte die Lehre der drei Erscheinungskörper des Buddha. Der Buddha erscheint in dieser Welt mit seinem menschlichen Körper. Das heißt, wir kennen den Buddha als die historische Figur Siddhartha Gotama, der Mensch, der vor mehr als zweieinhalb tausend Jahren, als er 35 Jahre alt war, Erleuchtung erlangt hat. Seine menschliche Körper Nach seinem Tod erscheint dieser Buddha seinen Schülern in Meditation in einem idealisierten archetypischen Körper. Das heißt, in einem goldenen Körper mit den 32 Merkmalen eines Buddhas. Das ist der zweite Körper. Und außerhalb Zeitentraum erscheint der Buddha als Erleuchtungsprinzip. Das heißt, er ist das höchste Ideal selbst, ohne Erscheinungsform. Der erleuchtete Mensch Siddhartha Gotama hat den Menschen seinen Dharma gelehrt und dazu hat er tausende Lehrreden gehalten und hunderttausende Worte benutzt. Der archetypische Buddha, dem man in Meditation begegnen kann, hat wortlos, aber durch seine Erscheinung seine Lehre weiter kommuniziert. Der Buddha als Erleuchtungsprinzip ist aber ewig still, ewig schweigend, ewig zur Ruhe gekommen. Er ist Nirvana selbst. Er ist Wahrheit und Wirklichkeit, die keine Kommunikation braucht. Er ist, was er ist, der Buddha, der Tathagata und der Buddha schweigt, damit wir ihn besser hören können. Vielleicht ist das es, was Chandrakirti gemeint hat. Und damit komme ich zu meinem zweiten, aber nah verwandten Thema, das Problem mit der Sprache. Es ist die Funktion der Sprache, komplexe Lebensprozesse in sehr vereinfachter Weise kommunizieren zu können. Das fängt an, wenn wir noch ganz, ganz klein sind. Am Anfang des Lebens gibt es nur einzelne Worte, zum Beispiel Papa und Mama. Wenn der kleine Papa oder Mama hört, muss er nicht wissen, dass Papa am Sonntag den ganzen Tag mit seinen Fußballfreunden unterwegs ist und hin und wieder fremd geht oder dass Mama Alkoholikerin ist und unter diversen Phobien leidet. Papa ist einfach ein Objekt, das Sicherheit schafft und Mama ist ein Objekt, das Nahrung und Streifel Einheiten liefert. In dieser kleinen Welt reichen erstmal diese zwei Worte Papa und Mama. Dann wird allmählich die Umwelt genannt. Dies ist ein Tisch, das ist ein Stuhl und das ist ein Löffel und auf dem Löffel gibt es Pudding. Pudding ist schon schwieriger zu verstehen als Löffel, weil es keine scharfe Grenzen hat und offensichtlich durch die Luft fliegen kann, wenn man die Bewegung macht. Allmählich kommen dann mehr abstrakte Begriffe, so wie Licht von der Sonne, Wärme von der Heizung, Lärm von Fernsehen, Gestank von Smutsch in den Windeln. Dinge, die man mit den Sinnen erfahren kann, mit dem Hören, mit dem Sehen, mit dem Riechen, mit dem Schmecken, Tasten. Dann irgendwann auch psychologische Begriffe wie Zufriedenheit, Ungeduld, Liebe, Ärger und so weiter. Das Kind entdeckt Gedanken, Gefühle und Emotionen, wofür es Jahre braucht, um sie unter Worte zu bringen. und all diese Begriffe, die man gelernt hat, kann man wieder in Sätze unterbringen, wofür man Grammatik lernen muss. Und die Sätze braucht man wieder für Gespräche, für Vorträge und so weiter. Und so bauen wir uns über die Sprache eine Vorstellung auf, wie das Leben ist. Die Sprache ist das wichtigste Mito, das wir haben, um uns das Leben vorzustellen. Aber wenn wir über die Sprache uns das Leben vorstellen, besteht diese Vorstellung nicht aus Prozessen, wie die Wirklichkeit ist, Prozesse, wie die Wirklichkeit entsprechen würde, sondern aus Dinge und Begriffe. Das ist, was wir gelernt haben. Und das ist das Problem der Sprache. Was sich als ein hilfreiches Mittel entwickelt hat, ist zu einem Gefängnis von vorgestellten Dingen und Begriffen geworden. Sprache ist essentiell symbolisch. Das Wort Stuh ist ein Symbol für etwas, was an sich nichts ist, aber in unserer Vorstellung etwas wird, worauf man sitzen kann. Wir verdienlichen unsere Erfahrung. Aus unserer Erfahrung machen wir Dinge. Wenn es regnet, reden wir über Regen, als ob tatsächlich etwas wie Regen existiert. Aber Regen ist ein Prozess. Man kann Regen in einen Eimer auffangen, aber dann ist es schon kein Regen Meer. Um die Prozess Natur vom Regen auszudrucken, sagen wir, es regnet. Aber was ist das S? Es regnet, was ist das S? Auch hier hat die Neigung zu Verdinglichen durch die Hintertür stattgefunden. Aber an sich ist es es regnet schon näher an die Wahrheit als Regen. Das gleiche gilt für sogenannte feste Objekte. In Wirklichkeit gibt es keine feste Objekte. Alles befindet sich in einem Prozess von Entstehen und Vergehen. Es wäre näher an die Wahrheit zu sagen es stuhlt statt zu sagen stuhl oder es menscht statt Mensch oder es ich statt ich auch das Wort Sprache ist selbst ein Symbol es steht für etwas das man nicht greifen kann dass man nicht in eine Schublade stecken kann oder verpacken und per Post verschicken wir wir verwirren aber das was gesprochen wird mit der Wirklichkeit selbst wenn jemand sagt das ist ein Stuhl glauben wir dass es da tatsächlich ein Stuhl gibt und diese Illusion wird dadurch verstärkt dass wir uns tatsächlich auf dem Stuhl hinsetzen können und der Stuhl dadurch nicht verschwindet dass das aber eine Illusion ist würde man nur merken wenn man 100 Jahre sitzen bleiben würde irgendwann verschwindet der Stuhl dann doch und sitzen wir auf dem Boden mit den Stuhlen die heutzutage produziert werden könnte das schneller gehen also die Welt der Dinge worin wir leben ist eine Scheinwelt und die Sprache ist eine wichtige Bedingung dafür dass wir die Welt so verstehen welche Rolle spielt die Sprache überhaupt in der Entwicklung der Menschheit die biologische Evolution der menschlichen Sorte hat drei Höhepunkte gekannt erster Höhepunkt die Entwicklung des Selbstbewusstseins zweiter Höhepunkt die Entwicklung der Sprache und dritter Höhepunkt die Entwicklung von Spiritualität es ist schwierig zu sagen ob es in den ersten zwei Punkten von Selbstbewusstsein und der Sprache eine chronologische Reihe Folge gibt vielleicht haben sie sich gegenseitig befruchtet Selbstbewusstsein konnte sich vielleicht nur richtig entfalten als Kommunikation mit anderen Menschen möglich wurde gleichzeitig setzt die Entwicklung von Kommunikation ein bestimmter Grad von Selbstbewusstsein in den Beteiligten voraus also vielleicht sind die beiden gleichzeitig entstanden die Entwicklung von Spiritualität ist wahrscheinlich eine spätere Phase in der Entwicklung der Menschheit zu jeder Stufe zu jeder Art der Entwicklung werde ich jetzt etwas mehr sagen erstmal die Entwicklung des Selbstbewusstseins Selbstbewusstsein unterscheidet den Mensch von der Tierwelt Der Mensch hat die Fähigkeit über sich selbst und seine Beziehung mit anderen Menschen und zu seiner Umwelt zu reflektieren Dadurch kann er anfangen sich selbst in seiner Umgebung zu verstehen und das ist dann wieder die Basis dafür dass er anfangen kann sich zu ändern um mehr in Harmonie mit seiner Umgebung zu sein und weniger zu leiden und damit ist ein Prozess von bewusster Selbstentwicklung im Gang gekommen der nur in Menschen möglich ist Der Mensch hat die Fähigkeit in sein eigenes Leben einzugreifen und seine eigene Zukunft einigermaßen mit zu bedienen Damit ist der Mensch nicht länger nur passives Objekt der biologischen Evolution sondern aktives Subjekt einer psychologischen und letztendlich spirituellen Evolution Dann zur Entwicklung der Sprache Sprache ermöglicht es Menschen Kontakt mit anderen Menschen zu machen vielleicht zuerst mal um Bedürfnisse zu befriedigen aber allmählich auch um gemeinsam Aktivitäten zu planen und auszuführen Ideen und Vorstellungen auszutauschen und Gemeinschaft aufzubauen Mit anderen Worten Sprache ist die Basis für Zivilisation Und mit der Entwicklung einer Zivilisation lässt der Mensch definitiv die Tierwelt hinter sich Er ist in der Menschenwelt angekommen Dann jetzt zur Entwicklung von Spiritualität Mit der Entwicklung einer Zivilisation entstehen existenzielle Lebensfragen sowie Wozu leben wir Woher kommen wir Und warum gibt es Leiden Mit der ernsten Versuche nach Antworten zu solchen Fragen fängt das spirituelle Leben an Es waren diese Fragen die vor zweieinhalb tausend Jahren den Buddha zu seiner spirituellen Suche veranlassten und die ihn letztendlich zur Erleuchtung führten Leider muss man feststellen dass nur die wenigsten Menschen sich solche Fragen so ernsthaft stellen dass sie bereit sind ihr Leben danach zu richten Für die meisten Menschen geht Spiritualität nicht viel weiter als eine nominelle Mitgliedschaft einer religiösen Organisation das Bezahlen von Kirchensteuer und ein Besuch an die Kirche zu solchen Gelegenheiten wie Geburt Hochzeit und Tod Aber mit einer zunehmenden Unzufriedenheit mit rein materialistischen Werten und Abneigung zu Fundamentalismus gibt es auch ein wachsendes Interesse an spirituellen Werten und Lehren was man unter anderem hier im buddhistischen Zentrum Essen wahrnehmen kann die Zahlen der Menschen die Meditation lernen wollen oder an einem Kurs über Buddhism teilnehmen wollen steigt noch immer so das aus ein bisschen Hintergrund zu diesen drei Phasen der Entwicklung Das Problem mit diesen drei Entwicklungsphasen die Entwicklung des Selbstbewusstseins die Entwicklung der Sprache und die Entwicklung der Spiritualität ist dass sie nicht nur ein großer Fortschritt in der Entwicklung der Menschheit sind sondern gleichzeitig eine äußerst gefährliche Falle in sich einschlüsse Das Selbstbewusstsein verfällt sehr leicht zu einem Glauben an einem festen Selbst eine Überzeugung dass es so etwas wie eine feste unveränderliche Seele ein Atma gibt die der Kern all unserer Erfahrungen ist Diese Überzeugung ist die Basis alles egozentrischen und egoistischen Verhaltens und Hauptursache von vielen Arten von Leiden Der Buddha lehrt dass man so einen festen Selbst nicht finden kann Wir benutzen die Begriffe Ich und Mein und betrachten diese Begriffe unbewusst als absolut ohne zu realisieren dass sie nur Kommunikationshilfen sind ohne Wirklichkeitsgehalt sie sind Sprache sie sind keine Wirklichkeit Die Vorstellung eines festen Selbst ist sehr tief in uns verankert Die Aussage dass es ich nur eine Illusion ist ist für uns tief bedrohlich und wir lehnen es erstmal vehement ab Es ist erst nach längerer Erfahrung mit Meditation dass wir anfangen die Wahrheit hinter dieser Illusion zu spüren und dass wir lernen uns allmählich von dieser Illusion zu befreien Das ist dann die Art wie die Entwicklung von Selbstbewusstsein zu einem Fall werden kann Wie kann Sprache zu einem Fall werden Wir haben vorher gesehen dass die Entwicklung der Sprache dazu geführt hat dass wir die Welt als eine Welt von Objekten statt einer Welt von Prozessen wahrnehmen und diese Wahrnehmung ist ein Hauptmerkmal von spiritueller Verblendung Wir verdinglichen nicht nur uns selbst Seele Atman sondern auch die Welt um uns herum und das bringt uns dazu wenn man die beiden kombiniert die Welt in meins und nicht meins aufzuteilen Ich und die Welt ich und die Dinge dann meins und nicht meins Wir fangen an Besitz anzuhaufen Gier nach mehr Besitz zu entwickeln Abneigung und Neid zu entwickeln zu denjenigen die mehr haben als wir selbst und die Welt aus Schauplatz für die Befriedigung von unseren eigenen Wünschen zu betrachten statt als Lebensraum zum Wohlen aller Lebewesen Die Verdinglichung unserer Selbst und unserer Welt setzt sich fort in der Entwicklung unserer Spiritualität die dritte Phase Dass wir entdeckt haben dass es eine höhere Wirklichkeit gibt ist schon gut Aber dann neigen wir dazu diese höhere Wirklichkeit zu verdienlichen und schaffen uns daraus eine Götterwelt so wie die frühere Zivilisation immer gemacht haben oder sogar einen alleinherrschenden Schöpfergott so wie die westlichen und nahöselichen Zivilisation das in den letzten Jahrtausenden gemacht haben Die höhere Wirklichkeit ist wieder zum Ding geworden das man anbeten kann oder wofür man andere Menschen ohne Gewissens Bisse umbringen kann Wenn man nicht aufpasst schafft man sogar aus dem Buddha einen neuen Supergott dessen Bildnis man zunächst als Garten und Schaufenster Dekoration einsetzen kann In dieser Hinsicht kann man sehen dass die psychologischen und spirituellen Fortschritte der Menschheit gleichzeitig dazu führen dass der Mensch im Wesen ein verblendetes Wesen ist und nur mit sehr großer Anstrengung sich von dieser Verblendung befreien kann Um es auf den Punkt zu bringen der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung sondern ein äußerst unvollkommenes Zwischenprodukt der biologischen Evolution das leider in seiner Verblendung die Fähigkeit entwickelt hat sich selbst zu vernichten damit den Prozess der Evolution auf dieser Erde endgültig zu beenden diese Umstand macht es für uns die Versuche zu praktizieren noch mal wichtiger unsere Praxis ernst zu nehmen und keine Zeit zu verschwenden aber das ist ein anderes Thema jetzt mal wieder zurück zum Problem mit der Sprache ein wichtiger Bereich des Lebens worin kreative Menschen versuchen die Beschränkungen der Sprache zu umgehen um Wahrheit zum Ausflug zu bringen ist die Kunst Schriftsteller benutzen ihre Imagination um mit Hilfe von Prosa Ideen und Erfahrungen zu kommunizieren brauchen aber dafür Hunderte manchmal Tausende Seiten Dichter müssen mit wenigen Seiten auskommen benutzen dazu poetische Sprache eine Sprache die gravitikal viel freier ist in worin nicht Objekte sondern Bilder und Symbole eine zentrale Rolle spielt ein klassisches Beispiel ist Rilke der für mich als Nichtdeutscher fast nicht lesbar ist weil seine Sprache so fließend und ungreifbar ist und hier hätte ich gerne einige Zitaten von ihm vorgelesen wenn ich nicht gerade dabei gewesen wäre umzuziehen und meine Rilke Bücher irgendwo in einen Umschlusskarton stecken Dann gibt es die Maler die versuchen die Wahrheit nur mit Farben auszudrucken und hier möchte ich gerne die drei größten Maler aller Zeiten erwähnen Rembrandt Vermehr und Van Koch Drei Holländer Okay Lass uns nicht darüber streiten Rembrandt malte Charakter etwas das man nur sehr unzureichend mit Worten beschreiben kann er war auch Meister über Licht und Finsternis zwei Aspekte des Lebens die man eigentlich nur erfahren kann auch Johannes Vermehr war Meister über Licht und zwar eine ganz besondere Art des Licht das Licht das man in den Rachtenhäusern in Delft findet ich habe selbst viele Jahre in Delft gewohnt und kennen das Licht sehr gut es ist einzigartig Amsterdam ist berühmt für seine Rachten diese Wasserkanäle aber in Amsterdam sind sie breit und kreisförnig in Delft sind sie schmal und laufen alle in eine Richtung das Licht entsteht durch eine Kombination von Licht das von oben in den schmalen Grachten rein fällt und von unten durch das Wasser reflektiert wird in den Grafenhäusern entsteht dadurch eine wunderbare zärtliche meditative Atmosphäre die Vermeer in seinen Gemälden haargenau kommuniziert hat man kann fast alle Gemälden von Vermeer anschauen da sieht man einen Raum ein Zimmer ist jemand da drin und das Licht kommt von links oben durch die Fenster das ist das Licht aus der Haft der dritte große Mahler ist Vincent von Roch dessen Porträtts leben und dessen Zypressen im Wind bewegen sein Kosmos von Sonne Mond und Sterne ist ein dynamischer Kosmos der der fließt und dreht und wirbelt auch er war Meister über Licht vor allem das Sonnenlicht von Frankreich und hier muss ich natürlich auch etwas über Musik sagen diejenigen die mich kennen wird das nicht wundern Musik meine große Liebe die großen Komponisten sind keine Entertainers sie kommunizieren die höhere Wirklichkeit womit sie in Kontakt sind Ich brauche nur einige Namen zu nennen Johann Sebastian Bach der allergrößte Gustav Mahler der Himmelbestürmer Ludwig von Beethoven der als er schon taub war Musik schrieb die seine Zeit um mindestens ein Jahrhundert voraus war Sie alle brauchen keine Worte Sie konnten mit ihrer Musik die Wirklichkeit beschreiben Ich würde jetzt gerne die kommenden zwei drei Stunden damit füllen Musikbeispiele vorzuspielen aber das würde den Rahmen dieses Vortrags bringen Genau wegen des Potentials eine höhere Wirklichkeit zu kommunizieren betrachtet Sangharachita der Gründer von Triradna die Kunst als eine Zugangstür zur höheren Spiritualität Er selbst hat sich immer nicht nur als spiritueller Lehrer sondern auch als Dichter betrachtet und er sagt dass wenn man ihn kennenlernen möchte man nicht nur seine Biografien sondern vor allem auch seine Gedichte lesen soll Und meine Wahrnehmung ist dass in seinen Gedichten tatsächlich spirituelle Werte sprechen die anderswo in seinen Schichten weniger klar zum Ausdruck gekommen sind Als Beispiel möchte ich jetzt eins seiner bekanntesten Gedichte zitieren Das Leben ist König Stunde um Stunde Tag um Tag versuchen wir das Ungreifbare zu ergreifen das Unvorhersagbare festzulegen Blumen verwelken sobald wir sie pflücken Eis zerbricht unter unseren Füßen Vergeblich versuchen wir den Vögel im Himmel den stummen Fische im Wasser zu folgen Erwarten wir das verdiente Lächeln die süße Belohnung versuchen sogar unser eigenes Leben zu ergreifen aber das Leben schlüpft durch unsere Hand wie Schnee das Leben kann uns nicht gehören wir gehören dem Leben das Leben ist König ich werde das Gedicht hier nicht weiter erklären es soll für sich sprechen klar ist aber dass Sprache obwohl beschränkt nicht völlig machtlos ist um spirituelle Ideen zu kommunizieren der Buddha sprach oft in Udanas spontane poetische Äußerungen Milarepa der große Tibetische Yogi leerte mit Hilfe von poetischen Gesängen Nagarjuna der große indische Philosoph kommunizierte seine schwierigste Lehren durch vierzeiligen Versen das Mahriana Buddhismus geht noch weiter und sagt dass der Bodhisattva jemand der Erleuchtung anstrebt zum Wohle aller Wesen sich in den Sprachkünsten üben soll um den Dharma optimal kommunizieren zu können Zusätzlich soll der Bodhisattva nicht nur seine eigene Sprache gut beherrschen er soll auch mehrere andere Sprachen lernen so dass er auch in anderen Ländern unterrichten kann Wie hat der Buddha das Problem mit der Sprache gelöst Er hat erstmal die Konzepte und Begriffe seiner Zeit benutzt Seine Zeit war eine Zeit von großen spirituelle Lebendigkeit auch große spirituelle Verwirrung aber sehr lebendig und es gab viele Begriffe die genutzt wurden um spirituelle Begriffe zum Ausdruck zu bringen und viele von diesen Begriffen hat er erstmal übernommen aber hat sie manchmal undefiniert oder viel mehr Bedeutung gegeben Ein Beispiel ist der Begriff Brahman Der Brahman war der Priester der die heiligen fetischen Schriften aufbewahrt und interpretiert hat Der Buddha hat aber gesagt Der wahre Brahman ist ein Mönch der die Ordensregel beachtet und ernsthaft Erleuchtung anstrebt Den Begriff Reinkarnation aus der Hinnertradition hat der Buddha undefiniert als Wiedergeburt und den Begriff Karma hat der Buddha in einen viel größeren Kontext gesetzt Für diejenigen die das vielleicht wissen hat das in den Kontext von den Niyamas gesetzt Dann hat der Buddha sich immer bemüht keine absolute Aussage zu machen Er sagt nicht Nirvana ist ein Insel in einer Flut Sondern Nirvana ist wie ein Insel in einer Flut Und Sangsara ist wie ein Gefängnis eine Krankheit eine schwerwiegende Schuld Also er benutzt immer eine relativierende Sprache Dann benutzt er Buddha viele Worte die zwar aus der materiellen Welt kommen aber auch eine psychologische oder spirituelle bedeutung haben Er redet über die fünf Hindernisse in Meditation Hindernisse ist etwas was uns in Wege steht aber auch psychologisch gesehen etwas was uns in Meditation hindert Er redet über die Fessel die uns an Sangsara festhalten Fessel ist auch eine materielle Form über die Schleier die unsere klare Sicht blockieren über die Wurzel des Unheimsam und so weiter Das Wort Dharma selbst bedeutet unter anderem Weg und damit ist natürlich ein geistiger Weg gemeint nicht ein Weg irgendwo daraus Der Buddha oder das Wort Buddha bedeutet der Erwachte Auch das ist klar symbolisch gemeint Sonst wären wir alle schon Buddhas Jeden Tag erwachen wir Wir wachen auf aber damit sind wir noch nicht erleuchtet Wenn jemand so weit entwickelt ist dass er nicht mehr zurück gefallen kann spricht man von jemand der in den Strom eingetreten ist auch wieder ein Bild ein Symbol Also die Sprache des Buddha ist hoch symbolisch Gleichzeitig ist sie nicht schwammig sondern sehr genau und systematisch Was der Buddha auch gemacht hat ist dass er immer wieder neue Formulierungen für seine Lehre gefunden hat um seine Lehre für so viel wie möglich Menschen zugänglich zu machen Er hat sozusagen für jedes Temperament eine eigene passende Formulierung gefunden Trotz dieser Diversität ist es erstaunlich wie homogen die Lehre des Buddha bei genauerer Betrachtung ist Alles passt zusammen und die unterliegenden Prinzipien werden durch die diversen Formen immer wieder sichtbar Aber vielleicht ist das doch nicht erstaunlich wenn man bedenkt dass die Lehre des Buddha nicht aus Hypothesen und Dogmen entstanden ist sondern aus reiner Erfahrung Der Dharma ist empirisch nicht spekulativ Der Buddha wusste worüber er redete und auch wenn die Sprache unzureichend ist um seine Erfahrung allumfassend zu kommunizieren hat sie es doch ermöglicht hat sie es uns doch ermöglicht seine Lehre zu folgen und selbst zu der gleiche Erfahrung zu gelangen dafür können wir dem Buddha nur dankbar sein Dankeschön fürs Sohlen Applaus Applaus Vielen Dank.